Hallo, mein Name ist Jakub Slodovic. Ich bin Schauspieler. Ich bin eher ein unbekannter Schauspieler. Sie kennen mich vielleicht aus meinem YouTube-Video Sack-Rasieren-Tutorial. Ich möchte mich auf jeden Fall hiermit offiziell distanzieren von dieser Alles-Dicht-Machen-Kampagne meiner sehr berühmten und einflussreichen Kollegen wie Jan-Josef Liefers, Heike Makac und wer da noch alles dabei ist. Das sind total schlechte Menschen. Die zeigen sich überhaupt nicht solidarisch mit den Opfern der Pandemie und mit dem Krankenhauspersonal. Die sind voll böse, genau. Und deswegen sollten sie nie wieder Filme mit denen anschauen. Wenn sie sich hingegen Filme mit mir anschauen und falls sie ein Produzent sind, mich für ihre Hauptrolle besetzen, dann zeigen sie damit, dass sie zu den Guten gehören und nicht selbstständig denken, sondern immer schön sagen und machen und tun, was Karl Lauterbach sagt. Ja, also seien auch Sie gut. Seien auch Sie gut. Gehören Sie zu den Guten. Oh, 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 shit, tut mir leid. Das passiert mir immer wieder. Ich hole mir immer selber auf mich selbst einen runter, wenn ich mich gut finde und ich finde mich immer gut. Das können Sie bestimmt nachvollziehen. Also, gehören auch Sie zu den Guten. Schauen Sie sich nie wieder Filme mit den anderen an. Und nur noch mit mir, denn ich bin auf Ihrer Seite. Hrrr! 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 Untertitelung des ZDF, 2020